Hallo Tina, wie geht's dir? Ganz gut, und wie geht's dir? Ach gut, ich habe am Wochenende eine Party, ich möchte dich einladen. Das ist ja super! Du, Tina, hast du eine blaue Jacke für mich? Ich habe keine blaue Jacke, sieh doch meine schwarze Jacke an. Deine schwarze Jacke gefällt mir nicht. Hast du einen grünen Plover? Ich habe keinen grünen Plover. Schade, hast du ein weißes Hemd? Ja, ein weißes Hemd habe ich. Das ist ja toll, ich komme morgen vorbei und probiere das Hemd. Ja gut, dann sehen wir uns morgen. Tschüss, Nicole. Tschüss, Tina. Mama, ich gehe am Wochenende auf eine Party. Ich weiß nicht, was ich ansiehen soll. Nehm, das rote Kleid. Das rote Kleid finde ich so elegant. Dein rot-weiß Karriertenrock? Dein Karriertenrock möchte ich auch nicht. Dann kannst du eine blaue Jacke ansiehen. Die blaue Jacke finde ich gut. Ich möchte jetzt ein Oberteil. Dieses gelbe T-Shirt? Nein, gelbe T-Shirt ist langweilig. Und wir ist das mit den weißen Plover. Den weißen Plover finde ich nicht schön. Die blüze mit Blumen? Ja, die blüze mit Blumen finde ich schön. Und den grünen Schall noch das so. Eine roten Hüt. Und unterbrile. Super cool. Zeheihhaus. Ja, finde ich auch. Du brauchst noch schuhe. Was ist schuhe möchtest du? Die schweißte Schuppot schuhe. Golden Sandalen. Oder du brauchst noch schuhe. Ja, die schweißte Schuppot schuhe. Ich finde ich gut. Jetzt, bis sie fertig. Die schweißte Schuppot schuhe.